Herzlich Willkommen hier zurück bei den Kühen. Ich bin der Kuhmann und das ist ein Let's Play. Ich spiele Minecraft einmal mehr. Das nimmt auf. Wir machen hier Kuhliebe. Also ich habe gerade Kuhliebe gemacht und dann habe ich gemerkt, dass das Mikro nicht läuft. Naja, so kann es gehen. Fleisch nehmen wir mit. Die Kühe lassen wir hier, da können die noch ein bisschen Spaß haben zusammen. So. Hier machen wir zu. Genau, also es ist so. Vorhin habe ich als Intro gesagt, als ich dann bemerkt habe, also bis ich bemerkt habe, dass das Mikro nicht läuft. Reisevorbereitung. Wir werden eine Tour machen. Die nächsten Folgen. Wir gucken mal, was wir so alles brauchen. Was wir so alles finden. Vielleicht machen wir uns dann noch parallel ein kleines Ersatzschwert vielleicht. Also guck mal. Hier haben wir sechs Fleisch. Wir nehmen sicher einen Sack Karotten mit. Einen Sack von dem hier. Das ist okay. Kohle müssen wir reintun. Dann habe ich hier noch ein Ei dabei. Das legen wir natürlich ab. Sehr schön. Iron Sword haben wir dabei. Gut. Lass uns das hier ein bisschen aufräumen. Das heißt, wir gehen hier rein. Dann Lederstein lassen wir alles hier. Das lassen die Scheren immer mit. Vielleicht noch ein bisschen Kohle holen unten. Ein bisschen Holz. Aber sonst ist es eigentlich gar nicht so schlecht hier. Was ist das? Diamond Pickaxe Efficiency. Efficiency in Fortune. Komm, wir nehmen die mal mit hier. Aus dem kann man keine Leder machen, richtig? Komm, wir nehmen die mal Rottenfleisch mit. Weil vielleicht finden wir ja irgendwo einen Dorfbewohner, der was tauschen möchte. Gut, also das Bett haben wir. Das ist wichtig. Das haben wir letztes Mal vergessen. Professionell. Gut, dann würde ich sagen, Essen haben wir. Werkzeug haben wir eigentlich auch soweit dabei. Das ist gut. Fackeln werden wir machen. Die Schere nehme ich mit. Vielleicht ein Block Eisen, Stickys, Holz, Kohle. Gehen wir mal gucken. Hoch hier. So. Rüber in unser Schloss. Oder in die Schlossbaustelle vielleicht besser. Dann müssen wir auch mal fertig machen hier. Aber da gibt es doch so viel zu tun. Am allerliebsten hätte ich da erst Bambus. Also, zeig mal. Hier ist das Papier drin. Zehn Blöcke. Wir nehmen mal fünf mit. Da haben wir sicher ein bisschen. Und einen nehmen wir mit für Fackeln. Jetzt gleich direkt. Das heißt, was haben wir denn hier? Wir haben hier sieben. Komm, die nehmen wir mit. Oder vielleicht acht. Gerade zahlen, bitte. Ist okay. Was haben wir hier noch? Irgendwo hat er noch die Sticks. Ach komm. Wir machen einfach neue. Gut. Dann nehmen wir sicher das hier mal. Eins, zwei, drei, vier. Vier mal vier gibt es sechzehn. So, 41 Fackeln. Sieben Sticks nehmen wir mit. So. Kohle haben wir dabei ein bisschen. Das ist super. Was müssen wir noch haben? Holz haben wir. Vielleicht ein bisschen Dirt. Wasser. Woher kommt das Wasser? Ist das von oben? Kommen wir mit 32 Dirt mit. Da haben wir immer noch ein paar Stacks. Werkzeug, was wir wegschmeißen können. Falls wir es nicht brauchen würden. Eine Schaufel haben wir. Eisen. Komm, wir nehmen noch ein bisschen Eisen mit. Elf Eisen. Ja, das ist nicht schlecht so. Gut. Ich denke, mit dieser Basis könnte man einiges machen. Wir haben ein Bett. Wir haben Essen. Wir haben das. Werkzeug. Wir haben Platz zum Dinge transportieren. Dann würde ich sagen. machen wir uns auf den Weg. Und zwar. Wir waren in diese Richtung. Haben einen Kreis gemacht. So hier. Wir haben diese Richtung erforscht. Da wissen wir. Da geht es zum Spandorf. 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 Das Spandorf ist da hinten. Und mich würde es wirklich Wunder nehmen. Wir sind zwar schon mal in diese Richtung gegangen. Haben dort aber dann irgendwann mal mehr gesehen. Also nicht mehr, mehr. Sondern mehr. Versteht man das irgendwie? Und ich würde jetzt mit dem Boot ein bisschen in die Richtung fahren. Damit man dann nachher dort mit dem Boot über den See fahren kann. Was sauchen wir? Was suchen wir? Ich mache mir eine Liste. Das heißt, wir hätten gerne Bücher. Regale. Wir hätten gerne Dörfer. Kaktus. Sprich Wüste. Und Bambus. Wenn wir finden. Ich habe mal gehört, dass die Dschungelbiomen nicht mehr so aktiv sind. Oder nicht mehr so extrem verfügbar. Jetzt ist es aber so. Jetzt haben wir hier natürlich bald Nacht. Ich denke mir. Lohnt es sich noch loszugehen? Wir haben ja ein Bett kommen. Was soll die Scheu? Dann gehen wir mal hier durch. Was haben wir hier drin eigentlich? Nichts. Schön. Aber so die Kiste. Hier haben wir ja noch Farben. Richtig. Farben und Blumen. Sehr schön. Das war das Wunschgartenprojekt. Sehr gut gemacht. Profischwimmer. So gehen wir hier rüber. Nimm das Boot. Sonst sollten wir eigentlich alles haben, was wir brauchen. Ich und Boot fahren. Ey echt. Einfach hier ganz kurz rüber. So. Dann, da es bald Nacht wird, machen wir das mal so. Wir machen uns schon mal bettbereit. Bett bereit. So. Hüpfen hier hoch. Hier zwischendurch. Jump. So. So. Schön hier, hä? So weit weg von zu Hause. Das gefällt mir nicht. Moment. Besser. Komm. Sonne, geh weg. Lass mich schlafen. Schlafen. Koordinaten habe ich schon zu Hause. Das ist gut. Da komme ich wieder heim. Immer wichtig. So. Wenn die Sonne weg ist, können wir dann vielleicht jetzt so ein Schläfchen machen. Und dann in die Richtung weiter gehen hier. Entschuldigung. Essen müssen wir eigentlich wirklich genug dabei haben. Und diesmal haben wir es schlau gemacht. Wir haben das Bett mit. Nicht so wie letztes Mal. Als es mir so im letzten Augenblick noch in den Sinn gekommen ist. Aber das Gebiet hier mit dem Wald, das ist schon eher grösser, hä? Mit dem Pilzwald hier. Schön. Bisschen schwimmen. Kleine Erfrischung. Wo ist er? Wo ist er? Diese kleinen Stinker. Ich mag die nicht. Untererde, Schülle, oder was? Ich sehe hier nichts. Ne, da können wir weiterkommen. Dann ist hier einfach eine Höhle unten drunter. Irgendwie. Zuckerrohr, ist okay. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Hier so ein halbes Sumpfbium. So. Ja, und jetzt müssen wir uns natürlich erstmal ein bisschen entfernen von zu Hause. Aber ich denke mir, wir werden sicher was Schönes finden heute. Lass mich mal überlegen. Wir gehen da rüber. Hier so. Hier so. Hier so. Sieht auch geil aus. Irgendwie. Schön. mal überlegen. Also schon, 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 schon schön. Kann man wirklich sagen. Der sieht. So, und eben Bücher, Bambus, Kakteen, Sand vielleicht. Von diesen toten Bäumen hätte ich auch gern noch, die in der Wüste rumstehen. Aber Wüste haben wir noch gar nicht gesehen. Das ist so, das gibt es bis jetzt nicht. So, hier ist es ein bisschen weniger Rheon. Chickens. Ja, und so liefen sie gen Osten. Ne, warte mal, Osten ist dort, wo die Sonne aufgeht, gen Norden. Was auch immer, sie liefen einfach. So. Wenn wir Glück haben, dann ist jetzt hier unten dann das Meer. Von dem ich, gucke mal. Von dem ich dachte, dass es hier ist. Das ist auch schön hier. Oh, Entschuldigung. So, hört ihr mich? Hallo. Hallo. Gut. Was? Da drüben hat es Sand. Eine Insel. Ich gucke jetzt mal von hier oben noch ins Wasser. Wie hier vielleicht irgendwas noch sehen. Von diesem Schilfzeug hier müssen wir dann auch noch mitnehmen. So, und jetzt machen wir das so. Immer ein bisschen nach unten gucken. So, wir haben ein Schiff. Schön. Weil, was hier das Problem ist, ein bisschen an dem Schäder. So, Fracks und so. Sind sehr schlecht ersichtlich. Warte mal. So. Das sieht schon schön aus, nicht? Selphine. Ach, schön. So. So. So, das ist ja einfach nur eine Küste, ohne nichts. Entschuldigung, dann gehen wir mal weiter. Und wer weiß, vielleicht finden wir einen schönen Dungeon oder sonst irgendwas auf der Karte, ein kleines Dorf, irgendwas, was uns neue Optionen bringt. Entschuldigung, Nase, die Nase beißt, die Nase beißt. Oh, das waren nur Bäume. Ich dachte, da seien Häuser. Alles klar, keine Häuser hier. Der Birkenwald, Birken, Birkenwald, Entschuldigung, Birkerwald. Auf Schweizerdeutsch sagen wir auch Birkenwald, Birkerwald. So, dann hier rüber, ein bisschen in den Sumpf. Hier könnte man Slimies natürlich dann mal abfangen, so in der Nacht. Vielleicht mit einer kleinen Burg oder so. Schau mal hier. Einer der toten Bäume, die ich meine. Hm, kann ich den nur so wegnehmen oder kann ich den zukünftig vielleicht auch anders verarbeiten? Hm, müssen wir rausfinden. So, und ich würde mal sagen, es ist wieder Zeit für ein Nachtlager. Es ist jetzt schade, dass da Stickys draus geworden sind. Da sehen wir auch nichts. Kakteen. Wüste. Wir haben Wüste gefunden. Nachher gehen wir rüber. Dann haben wir schon mal Kakteen. Da bräuchten wir mindestens neun Stück für die Farm. Dann natürlich auch Sand. Aber Sand haben wir, glaube ich, bei uns noch ein bisschen. Können wir hier ein bisschen mitnehmen. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Komm, was macht das? Habt mal. Dann schlafen wir. Es geht in Richtung Wüste. Genau. Und was wir da drüben finden, also da drüben, das sehen wir in der nächsten Folge, wenn es hier wieder heißt. Kuman Let's Plays und Minecraft auf der Suche nach Ressourcen. Schön, bist du hier. Wenn es dir gefällt, kommentieren, Abo dalassen, irgendwas. Danke euch für die Unterstützung. Bis dann. Tschüss.